Hallo Kinder, willkommen zurück zu unserer Rätselstunde. Wie gewohnt habe ich wieder drei Rätsel für euch mitgebracht, die ihr zu Hause lösen könnt und deren Lösungen ihr uns natürlich auch wieder zuschicken könnt. Viel Spaß beim Knobeln! Als erstes habe ich euch eine klassische Quizfrage mitgebracht, bei der ihr aus vier Antwortmöglichkeiten die richtige raussuchen müsst. Wer schon länger bei uns im Kinderclub oder bei uns im Spielmobil im Sommer dabei ist, der weiß, dass wir gerne etwas zum Thema Zirkus machen. Zentral ist dabei natürlich immer die Aufführungen in der Mitte des Zirkuses. Aber wie heißt die Bühne in der Mitte des Zirkuses? Ist das A. die Menagerie, B. die Margarine, C. die Manege oder D. das Minarett? Gestern habe ich seit langem mal wieder gebastelt. Leider habe ich dabei nicht ganz aufgepasst und eines meiner Fotos zerschnitten. Die Schnipsel könnt ihr hier rechts neben mir sehen. Könnt ihr mir sagen, welches Gebäude dort zu sehen ist? Haltet das Video ruhig an, um euch entspannt alle Schnipsel anschauen zu können. Als letztes habe ich ein Legerätsel für euch. Das hat den Vorteil, dass ihr das zu Hause direkt auf einem Tisch nachbauen könnt und dann direkt die Teile verschieben könnt. Neben mir seht ihr vier Rechtecke, die ich aus Streichhölzern gelegt habe. Eure Aufgabe ist es jetzt exakt drei Streichhölzer zu verlegen, sodass aus den vier Rechtecken drei Rechtecke werden. Mal schauen, wer das lösen kann.